Finally, you can put my purse on the dining table. You might still have time for breakfast, if you hurry. David's here so early. Mom calls him just a friend, but look at him. Pretending he didn't just spend the night. And you never saw the condoms, Chloe. You never saw the condoms. Dad took these photos. Now that David's staying over so much, I wonder how long it'll take Mom to shove them in a drawer somewhere. Mom doesn't want me to know, but it's pretty clear that her boy toy David hasn't worked in like a year. Jobmesse. Echte Arbeitgeber wollen Sie treffen mit... Was? Mittwoch, erst 21. April. Rathaus Acadia. Hilfe für Ihren Lebenslauf, Karriereberatung. Alles klar. Any letter from Blackwell is never good. Niemals. Are you having trouble with payments again? My scholarship doesn't cover everything. Like I need another reason for Principal Wells to get on my case. 500$ over... ...fälliger Betrag. 550$ insgesamt. Oioioioi. Oh. Foto. Aren't you glad you left for Seattle, Max? And never looked back? Captain Chloe Blaubart, Geisel von Acadia, und ihr erster Offizier Long, Max Silver. Okay. Lassen Sie es? Family Pick used to hang here. I... Wow. I can't actually remember which one. What? Dad always talked about upgrading to a flat screen. Too bad that never happened. I would have gotten this bad boy in my room. Hm. Hard to believe I was an 8th grade science athlete. Did I peak in middle school? Oh. Was ist das? Wir können wissen, was das ist. Oh. Okay. Unterstützen unsere Veteranen. Yeah. From when Max and I spilled Mom's wine. I think the only reason Mom hasn't re-carpeted is so she can stay mad at me. Haha. Okay. Okay. It was Dad's job to remind me. So. Nobody's fault, really. Nicht wirklich, nee. I made that for Mom in an art class when I was like five. She was never a smoker, but it's cool. I was never an artist. Wait. Those aren't Mom's keys. And these would be David's keys. There's probably a better place for them than the ashtray I made Mom. Like his home, maybe? This werden wir verteidigen. Okay. Kann ich die mitnehmen? Nee. Schade. Feeling trapped? Right there with you. Schade. Schade. Little dude's like, what the hell just happened? Esstisch. Ich will wissen, was es ist. Zeitung. Okay, hätte ich bedenken können. Schade. Ich hoffe, David could get a job on a container ship. To Japan. Man. Freitag, 7. Mai 2010. Werft wird... Was? Werft wird geschlossen. Obwohl Projektentwickler Sean Prescott beim Kauf der Werft versprach, dass der Personalabbau minimal ausfallen würde, verkündete er heute, dass der Betrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. Das haben wir doch gestern auf der Party schon gelesen, ne? Glaub schon. Glaub schon. Ähm. Ähm. In einem für Langzeiteinwohner der Gegend wenig überraschenden Schritt liquidierte die Prescott Stiftung den zugesagten Rentenplan des Hafenarbeiters, äh Hafenarbeiterverbands Volkadia Bay. Michelle Kinsey Robertson, Anwältin der Stiftung, verteidigte das Vorgehen als unser Recht, Verluste gegenüber Verbindlichkeiten wettzumachen. John Prescott war nicht über einen Kommentar zu erreichen. Warum will ich plötzlich etwas Feuerwerks bekommen? Das ist Prinz Ray Wells. Lass mich emphatisch sein. Ich habe einen enormen Stich, den ich in meinen Mund gelegt habe. Danke. Auch. Chloe. Du bist poor und in Trouble. Gadia Bay Anzeiger. Studiengebühren steigen. Lass... Lassen Sie mich nachdrücklich betonen, dass dies nicht an finanziellen Sorgen liegt, sagt Director Ray Wells. Nach der Begutachtung anderer angesehener Akademie... Akademien... Anderer angesehener Akademien, alter... Ähnlichen... Kalibers, alles klar. Sorgen wir einfach dafür, dass wir weiterhin wettbewerbsfähig sind. Die Eltern von Red Lagos-Schülern investieren in ihre Kinder nicht in Ferienhäuser. Wells betonte weiterhin, dass zusätzlich zu den leistungsabhängigen Ausbildungsprämien, dieses Jahr vergeben an Stella Hill und Brooke Scott, die Stipendien für bedürftige Schüler, die außergewöhnliche akademische Leistungen erbringen, weiterhin bestehen bleiben. Ja, das ist klar. Ja, so langsam sollten wir da mal hingehen. Hä, ich weiß es nicht. Hast du recht. 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 Ich ging im drinnen. Du hast in viele drinnen. Hast du recht in die anderen drinnen. Wenn ich einen Text-Messag, wie vor, hast du zu antworten, ich brauchst du antworten. Du kannst nur sagen Text. Du musst einfach sagen. Und ich brauchst du antworten ohne die Snark. Entschuldigung. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich werde besser antworten. Danke. Ist das was du wolltest zu sprechen? Was ist es mit dir und David? Always cutting zu der chase. Warum können wir nicht einfach ein schönes Gespräch vor dem Schule machen? Ich dachte, du hattest pot-roast. Du kannst ein no-thank-ü helfen. No, du hattest pot-roast. Ich keine Ahnung. Ich keine Ahnung. Und David lief es. Und nicht sagen, du wirst nicht. Also, das ist das, was wir jetzt machen? Was, was dein Freund möchtet? Du wirst du wissen, dass ich dein Freund möchtet mit jeder Fiber von meinem Leben, richtig? Chloe! Du wirst nicht ihn möchtet? Er nennt mich GURLY. Er ist ein dickhole. Er kann sein, wie altkartier. Ja, ein altkartier, dickhole. Ah, genau. Schule. My favorite. Du liebst, du liebst, zu lernen. Ja. Ich dachte, die Drogen waren lame, auch. Ich wünsche, du wirst nicht so sagen. Es ist auch nicht so, was ich nicht so sagen. How about you don't ask me to get your damn purse, then? Let's not fight. I made you breakfast. Nah, I'll just grab something later. Oh, you'll enjoy this. The other day I made four eggs, two for David, two for me. And just before I serve them, he says, What are you gonna eat? I'll enjoy that, huh? Tired, huh? That'll teach you to break curfew. What? I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school just because you missed the bus again. Why would you assume that... Who do you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you, saying you're sick just so you don't get expelled? Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. But, Mom, the whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Never again. You're happy doing what you're doing? Fine. Keep at it. Just let me know so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. Money's tight enough as it is. I think David should start paying rent. He spends the night often enough. How would you know? You're never here yourself. David thinks you need discipline. David should mind his own business. I think it's great David's taking an interest. He's a good man. Maybe he can help. Dad was a good man. That's not fair. I'm glad your father still has a place in your heart. But sometimes we need to make more room in our hearts for new people. And sometimes, when we're incredibly desperate and lonely, we choose the absolute wrong kind of people to let into our hearts. Mom. Like I'd let him get within 15 feet of me. Very funny. Are you serious? This is such... What, Chloe? Such what? Mom's trying. I guess. Maybe I should too. But what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's not? Mom. I know you're dealing with a lot. Thank you. I understand you don't need me as much anymore. But I need you. I do still need you. You're my mom. I'm proud of you for being so self-sufficient. But the whole world's not out to get you. Tell that to the world. You're impossible. But I love you. I love you too. Mm-hmm. Okay, David's waiting. You'll need to bring him his keys from the ashtray. Try not to kill each other. Got it. Unless he tries to give me advice or looks at me funny. Chloe. Or looks at me at all. Chloe. Mom. Have a good day. You too. Thank you. Bring David his keys is about the most humiliating thing, that Mom could ask me to do. Okay. Mitnehmen. Iiii. Schlüssel is ja eklig. No point in putting off the inevitable torture of driving to school with David. I'd better get going. Bin ich ein bisschen sehr überbelichtet? Egal. Oh. Hey. Bist du Chloe? Steph? Ginrich hier. Hey. Ich habe deine DVD. Ich kann sie dir vor der Schule geben. Danke. Okay. Give it was Neues. Nee. David is Schrott. Nee. Davids Schrott. Gefängniswand. Okay. Belassen wir mal die. Behausung. Hier. What a piece of crap. The car too. Why do you women always take forever to get ready? We're hoping you men will leave without us. No, Mom. I swear he beat himself to death with a tire iron. Repeatedly. Chloe. Chloe. Is that a black eye? No. Insubordination. No wonder your mother's worried about you. Oh. That's sweet. When I was your age, I got into my share of scraps. But it's not responsible. You owe it to your mother to do better. Tell me again what I owe my mother, dirtbag. Electro-insulator's probably cracked. You know what a spark plug does? Yes. It ignites the part- Did you not hear me? I said I know what it does. Then go grab my socket wrench set from the garage. And we can get moving. What is this? Quality time? Ugh. Better just get the socket wrench and get this over with. Alles klar. Tiniest penis in all of Arcadia Bay. Alles klar, Chloe. What's David doing? Leaving stuff in our garage anyway. Does he think he's moving in or something? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Bestimmt. Es ist physikalisch gar nicht möglich. Klar, Chloe. Ey. Ich... Boah, Kameraeinstellungen. Ich rede so wenig heute, ne? Irgendwie habe ich auch nicht so viel zu reden. 50-50 Chance, ich habe ihn in die Gesichter mit diesem. 60-40. Vielleicht 90-10. Hab ich nicht anders erwartet. So? Du hast ja noch das socket wrench set yet? Du kannst das eine einfache Sache tun, kannst du? Ein bisschen mehr Hustle hätte dich nicht verletzt. Ne, ist er aber auch ein Arsch, alter. Irgendwie. Also ich kann Chloe verstehen, dass er... Dass ich ihn nicht mag. Was ich noch ganz gut für? Ich habe ihn nicht verletzt. Okay. Ich habe ihn nicht verletzt. Ich bin ja nicht. Es ist ja nicht... Man kann niemals eine Person mit der Faust hängen lassen. Das geht nicht. Ist ja gerade gespeichert. Reden wir jetzt noch um Auto, oder? Mh-Hm. Das ist alles schwieriger für sie. Du musst dich umsetzen, um deine Arbeit zusammenzunehmen, und jemanden zuerst für eine verdammt Veränderung. Am ich mir klar zu machen? Ist es verrückt, wenn ein Teil von David zu sagen, macht mir Sinn? Entstanden. Danke. Wir sollten wirklich weitergehen. Ich bin glücklich, dass wir uns einander verstehen.